Personen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr sympathisch sind, dass man die auch mögen kann. Und vielleicht entwickeln sie sich ja auch in eine völlig andere Richtung, als man gedacht hat. Wie oft passiert einem das im Alltag, dass man denkt, mit dem werde ich aber nicht warm, was ist das für ein komischer Kauz, der ist ja so ein Grandler oder so. Und dann hört man sich seine Lebensgeschichte an und denkt sich, alter Schwede, das kommt davon, wenn man Menschen in Schubladen steckt, hat man oftmals ein falsches Bild vor Augen, das gar nicht stimmt. Aloha und herzlich willkommen zum BookerFly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres BookerFly Podcasts zu den Themen Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten. Heute haben wir einen wundervollen Ausschnitt für dich aus einem Interview mit dem Spiegel-Bestseller-Autor Andreas Winkelmann. Wenn du mehr über deinen Autor wissen willst, dann erfährst du ganz viel unter diesem Video. Hier findest du alle Links und außerdem ist Andreas Winkelmann beim BookerFly Umsetzungskongress 2023 zu Gast bei uns. Und da kannst du dann auch das ganze Video mit dem kompletten Interview ansehen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Andreas Winkelmann. Sag mal, dein erstes Buch, der Gesang des Scherenschleifers, ist im Jahr 2007 erschienen und war so eine Mischung aus Horror und Thriller. Und du selbst bist ja ein Fan von Stephen King, genau wie ich oder fast jeder, glaube ich, auf dem Planeten. Bist du deshalb in Richtung Schreiben gegangen oder wie hat sich das bei dir so entwickelt? Es hat sich nicht nur wegen Stephen King in diese Richtung entwickelt, sondern eigentlich hat es sich über Geschichten im Generellen entwickelt. Es gab mal eine Grundschullehrerin, die hat am Ende ihres Deutschunterrichtes immer eine Viertelstunde aus einem Buch vorgelesen. Und das war damals in der Schule mein allererster Kontakt zu Geschichten. Denn ich komme aus einem Elternhaus, in dem es keine Bücher und damit auch keine Geschichten gab. Aber so habe ich halt Kontakt gefunden und das hat mich fasziniert. Und darüber bin ich dann an Bücher gekommen, habe mich selbst ein bisschen weiterentwickelt zu Horror und Grusel. Und dann zu Stephen King und habe mich da selber so ein bisschen mit traumatisiert. Und so hatte das alles damit zu tun, dass ich selber zum Schreiben gekommen bin. Und wie gehe ich zuerst beim Schreiben vor? Also es hören ja viele zu, die noch nicht als Schriftsteller unterwegs sind und erst gerne lernen möchten. Hast du zuerst die Figuren oder zuerst die Story? Bist du ein Plotter, ein Bauchschreiber oder eine Mischung aus beiden? Dann greife ich mal das Wort auf, das du gerade so schön benutzt hast als Bauchschreiber. Ich sage, ich bin eher so ein intuitiver Schreiber. Ich plotte überhaupt nicht. Ich habe natürlich eine grobe Idee davon, worum es in der Geschichte gehen soll. Die muss ja auch da sein. Die formuliere ich aber für mich vorher nicht aus und schreibe auch nicht an Whiteboards oder Flipcharts. Jedenfalls keine Story im klassischen Sinne plotten. Sondern ich setze mich an den PC und lege dann mal einfach los und erzähle mir die Geschichte erstmal selbst. Und wie die sich entwickelt und wohin die sich entwickelt. Das überlasse ich in großen Teilen tatsächlich der Geschichte. Und so weiß ich auch selten, wie sie ausgeht, wer überlebt, wer auf der Strecke bleibt. Und davon lasse ich mich tatsächlich beim Schreiben überraschen. Das macht es dann ja für mich auch ungemein spannend. Aber was ist so am Anfang? Ist da eine Figur im Mittelpunkt oder eine Szene? Was muss passieren, damit du dich hinsetzt und sagst, ups, das hat das Potenzial. Das greife ich auf und mache was draus. Das Potenzial steckt erst einmal in der Idee, die mir irgendwo mal begegnet. Das kann im Alltag sein, das kann im Fernsehen sein, in einer Zeitung, in einem Film, online. Und damit laufe ich dann ein paar Wochen durch die Gegend, ohne dass ich die wirklich großartig weiterentwickele. Aber ich forsche danach, ob das zu mir passt, ob das tragfähig ist für den ganzen Roman, ob es sich lohnt, damit jetzt ein halbes Jahr zu verbringen. Und wenn ich der Meinung bin, ja, das ist so und da kann ich was dazu sagen zu diesem Thema und da möchte ich auch gerne drüber schreiben, dann setze ich mich hin und dann habe ich natürlich ungefähr eine erste Szene vor Augen. Wo soll es spielen und was soll passieren? Und dieses bisschen reicht mir ja in der Regel immer, um mit einem Buch beginnen zu können. Und was sind so deine besten Tipps, um Spannung in den Text zu bringen? Also wenn du ja nicht plottest, weißt du natürlich auch nicht, wo kommt jetzt ein Cliffhanger hin oder wo mache ich jetzt meine Plotpoints, das entwickelt sich erst beim Schreiben oder kommt dann beim Schreiben so, naja, jetzt könnte ich mal das und das machen. Jetzt brauchen wir mal eine Wendung. Ja, ich finde, ein guter Indikator, um Spannung oder Überraschung in einen Plot zu bringen, ist ganz genau darauf zu hören, und da habe ich sehr feine Antennen für mich selbst, auf diese Stellen zu achten, wo es vielleicht anfängt, mich selbst ein bisschen zu langweilen. Dann bin ich eigentlich schon ein kurzes Stück darüber hinaus, dass es auch den Leser oder die Leserin langweilt. Dann muss ich nochmal ein bisschen zurückgehen und dann muss ich schauen, was kannst du jetzt hier verändern an dieser Stelle? Welche Überraschung könnte es hier geben? Wie kriegst du jetzt hier einen Dreh rein, einen Plotpoint, einen Cliffhanger, whatever. Aber hier an dieser Stelle kannst du jetzt nicht einfach so weitermachen. Dann wird es langweilig. Das hat vielleicht ein bisschen mit Talent zu tun, dass man diese Situation auch wirklich spüren kann und sie dann auch verändern kann. Oder auch mit viel Lesen. Du liest selber sicher auch sehr viel, oder? Ja, ich denke schon, dass ich, und deshalb muss ich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig groß darüber nachdenken, wenn ich schreibe. Ich habe das so mit der Muttermilch praktisch aufgesogen. Gerade dieses Genre. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, lese auch immer noch viel, nur nicht mehr in dem Genre. Und das ist Bestandteil meiner DNA, möchte ich fast sagen. Die will man vielleicht irgendwann mal in Flaschen abfüllen und dann so Klone von dir erzeugen. Besser nicht, ein Andreas Winkelmann reicht für diese Welt. Wie wichtig sind ja eigentlich so die Figuren? Also, ja, sag mal. Das Wichtigste am Text sind die Figuren. Schon geil. Ja, ein Plot ist auch wichtig und Spannung ist wichtig. Und eine tolle Location ist wichtig, aber nichts von alledem ist wichtiger als die Figuren. Wenn ich selber die Figuren, also das geht mir beim Lesen ja auch so. Ich folge ja, ich folge nicht unbedingt der Geschichte, ich folge den Figuren. Ich möchte emotional an ihnen teilhaben. Ich möchte mit denen leiden. Ich möchte antizipieren können und das auch nachempfinden können, was die Figuren empfinden. Und genauso gehe ich beim Schreiben vor. Wenn ich selber an einer Figur nicht hänge, die ich gerade entwickle, wenn die mich nicht faszinieren kann, ja, dann taugt sie als Nebenfigur und ich kann sie irgendwann umbringen im Text. Das ist ja das Schöne beim Söller, dass man da vielfach die Möglichkeit hat, solche Figuren wieder loszuwerden. Aber die taugen dann nicht zur Hauptfigur. Die muss mich schon ganz anders fesseln und reizen. Ja, da hast du was Richtiges gesagt. Eine Figur muss spannend und faszinierend sein, aber muss man sie auch mögen oder kann sie auch quasi im Leser auch etwas auslösen, was nicht so sympathisch ist? Ja, doch finde ich schon. Warum mögen wir dann alle Hannibal Lecter? Das ist ja jetzt die sympathischste Figur, mit der man irgendwie mal auch einen Abend verbringen will und sich zum guten Essen treffen möchte. Sofern er etwas anderes kocht, als dann irgendeine Oberschenke. Deswegen dieser kleine Sidekick. Ich finde schon, dass man auch Personen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr sympathisch sind, dass man die auch mögen kann. Und vielleicht entwickeln sie sich ja auch in eine völlig andere Richtung, als man gedacht hat. Wie oft passiert einem das im Alltag, dass man denkt, mit dem werde ich aber nicht warm. Was ist das für ein komischer Kauz? Der ist ja so ein Grandler oder so. Und dann hört man sich seine Lebensgeschichte an und denkt sich, alter Schwede, das kommt davon, wenn man Menschen in Schubladen steckt, hat man oftmals ein falsches Bild vor Augen, das gar nicht stimmt. Das kann man beim Schreiben sehr gut benutzen, finde ich. Mhm, das stimmt. Wie haltest du jetzt deinen Spannungsbogen aufrecht? Du hast es schon gesagt, wenn es sich selbst zu langweilig beginnt, dann schaust du. Also was hast du sonst noch so für Tricks, wo du wirklich so die Zuseher in die spannenden Momente hineinziehst und dass sie so wirklich die Fingernägel sich abknabbern? Ja, am besten ganz, ganz nah dran sein an den handelnden Personen und sehr authentisch schreiben, atemlos schreiben. Wenn wir jetzt mal auf die reinen Handlehrwerklichen Tricks ausweichen wollten, die sind ja noch ein bisschen anders, sagen wir mal, Verkürzung von Sätzen, Verknappung von Zehen etc., eine andere Geschwindigkeit aufbauen. Aber dieses sich in die Figuren hineinfühlen und ganz nah dran sein, deren Ängste nachempfinden zu können, nicht nur die von Opfern, von Handelnden, Protagonisten, aber auch von Tätern. Ich finde, das ist die beste Methode, um atemlose Spannung zu erzeugen. Das ist gerade was Wichtiges gesagt, sich auch in den Täter hineinfüllen. Also dass die Täter auch eine gewisse Motivation haben, außer dass sie halt böse sind und Leute abschlachten. Sondern das kommt ja von irgendwo her. Also du bist auch der Meinung, dass das eine Background-Story braucht, warum jemand plötzlich rumläuft und böse Dinge tut. Unbedingt. Und in den allermeisten meiner Geschichten räume ich den Tätern schon auch einen ziemlich großen Raum ein. Das kommt ja nicht, und das, was diese Menschen tun, kommt ja nicht aus völlig luftleerem Raum. Das hat ja eine Geschichte. Irgendwoher kommt das ja. Und diese Geschichte herauszufinden, ist für mich mindestens genauso spannend, wie den eigentlichen Kriminalfall zu entwickeln. Das, was ich mir ausdenke, ist ja nicht Realität, aber es hätte Realität sein können. Und ich finde es auch für mich mal erstaunlich, dass wenn man da erstmal mit beginnt, sich da hineinzufühlen in so einen Täter, in seine Gedankenwelt, warum er das für richtig hält, was er da gerade tut, wie tief man dann plötzlich da abtauchen kann und ein Verständnis entwickeln kann. Und wie schwer das tatsächlich auch ist, das wieder loszuwerden. Also ich muss dann nach dem Schreiben aufstehen und eine Runde laufen gehen mit dem Hund oder so, damit ich da auch wieder rauskomme aus dieser Tiefe. Das glaube ich. Wie authentisch sind denn deine Thriller? Also wie viel Realität braucht ein Thriller? Da scheiden sich auch so die Geister. Wie authentisch sollen die Ermittlungen sein? Und darf da ein pensionierter Kommissar alleine durch die Gegend laufen? Und wie ist das so bei dir? Ach, das ist das Schöne am Schreiben, dass man, dass man ja, man kann vielleicht nicht tun und lassen und machen, was man will, aber man hat schon sehr viel Freiraum. Also ich schreibe ja keine Fachliteratur, sondern Fiktion. Und da nehme ich mir dann die Freiräume, die es braucht. Was man nicht machen darf, ist, wo es Fakten braucht, müssen die Fakten halt eben auch wahrheitsgemäß sein. Das ist schon wichtig. Aber in allen anderen Bereichen denke ich mir schon, dass man da ruhig ein bisschen Freiraum haben darf. Und ich gehe mal davon aus, ich war ja nie Ermittler in meinem Leben, habe aber mit einigen gesprochen, dass der Alltag von Ermittlern bei der Polizei nicht unbedingt so rasend spannend ist, dass es ein ganzes Buch damit spannend füllen könnte. Da muss man schon, denke ich mal, ein bisschen von der Realität abweichen, damit es ein spannender Thriller wird. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gut gefallen. Wenn du mehr wissen möchtest, dann sei dabei beim Bookerfly Umsetzungskongress 2023 für Autorinnen und Autoren und solche, die es noch werden wollen. Der Umsetzungskongress findet von 9. Juni bis 18. Juni statt. Alle Videos sind 24 Stunden für dich freigeschalten. Zudem haben wir jeden Tag 6 bis 8 Live-Events für dich, zahlreiche Mitmach-Workshops, viel Bonus-Material rund um das Thema Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten, aber auch zu den Themen wie Mindset und Erfolg. Wir würden uns freuen, dich beim Umsetzungskongress begrüßen zu können und ansonsten schalte nächsten Montag wieder ein beim nächsten Bookerfly Podcast zu den Themen Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.